Seit dem Start bemüht sich Bolivka mit Stranzer ins Gespräch zu kommen, aber der, geschult durch Koalitionsverhandlungen, Interviews und Pressekonferenzen, blockt erfolgreich ab. Already Luxemburg, sagt Bolivka und deutet aus dem Fenster. Stranzer lässt ein unartikuliertes Grunzen hören. Bolivka hat eine Idee. Wie nebenher greift er zu seinem Portemonnaie und zieht die beiden Diamanten hinter seiner Dienstmarke hervor. Aus den Augenwinkeln kann er nun sehen, wie Tillmann Stranzer aufblickt, wie sich seine Augen förmlich festsaugen an diesem kleinen Glitzersteinchen. Lovely, sagt Bolivka. Isn't it? Stranzer nickt und räuspert sich. In einem Englisch, das nicht einmal für den Bürgermeister von Gua Lala reichen würde, meint er Yes, very. Is it true? I mean, a really damn diamond? Achso, Sie sind ein Landsmann, sagt Bolivka freudig.